hallo meine lieben ich bin wieder da ich habe heute ein action hall für euch und ich freue mich euch zu zeigen was ich geshoppt habe alles mögliche durcheinander haben wir ein bisschen von hier und da geshoppt und ich fange mal an so durchgemischt und ja ich wünsche euch viel spaß dabei so einmal ich habe wieder ein tauschpaket vor und da habe ich dafür das noch gekauft weil ich das so schön fand für 57 cent sehr schön so ein korbchen dann solche eier zum aufhängen in gelb und weiß für 97 cent und dann die geschenk die geschenkpapier hat mir noch gefällt das ist metallikfolie für 69 cent fand ich auch sehr schön und ja da geht es weiter mit beatrice muss sucht sich immer was aus und die schwester eher nicht aber naja was soll ich die beatrice hat sich so ein schwert mit licht ausgesucht für 2 89 cent und das leuchtet und so wie star wars eben ja so so sind die kinder aber war ja nicht so teuer so dann gab es mit mache ich mit socken weiter da hat sich die bruna ich habe sie gefragt ob sie da waren ganz verschiedene von disney und sie wollte diesen haben mit mini für das ist 100 410 für 1 99 sehr schön dann für meinen mann solche kurzen socken jetzt frühlingssommer von kappa das ist marke und ja für 2 79 39 42 dann das war die einzige die bruna gesehen hat und haben wollte diese lipbalm von china aber sehr süß hier mit diesen sowie kawaii mäßig mit strawberry geschmack für 97 euro dann gab es getränke mein mann hat sich schon gestern aus ja war sehr warm sehr heiß gestern ich dachte schon wir hatten sommer ja gestern war ja samstag wir waren unterwegs ganzen tag und ja so ein sport drink für 69 hat er schon getrunken wie ihr seht das ist 500 milliliter nie 750 ja wie gesagt für 69 cent dann für mich gab es so eine das löschen mit cola geschmack für 44 habe ich schon getrunken weil da war keine kappe und ich musste die alles trinken und für die kinder einmal die zwei für ich glaube der war für 57 und der 63 oder so obwohl die gleiche marke ist aber naja dann hat sich die bruna die biatisch und die kinder streiten sich oder ich weiß nicht was da im kinderzimmer los ist für sich diese nudels mit schinkengeschmack für 22 waren im angebot wieder drei stück und ich habe die neu entdeckt nescafe gold mit schokokaramell mocha steht da acht stück für 1,49 euro von nescafe gibt es bei uns auch diese marke ist aus spanien glaube ich ich glaube schon oder ich weiß es nicht steht ja nicht drauf aber wir trinken das sehr gerne das ist so cappuccino mäßig ja dann für mich meine meine riegel die sind so kaputt die waren ganz noch da aber jetzt ohne das glutenfrei alles frei mit karamell und erdnüsse für 37 mit erdnüsse ich liebe solche aber ich kann die nicht so oft essen weil sonst werde ich dick ne und die mit mit sesam mit erdnüsse und auch karamell lege ich auch diese und hier noch mit sonnenblumenkerne und karamell auch auch sehr lecker vom essen war es das glaube ich ja hier für so eine pflanze mitgenommen habe ich mir ausgesucht für 67 cent mit dieser schöne blumen in lila farbe ich hatte zwar eine von rossmann aber irgendwie weiß ich nicht geht er nicht so gut für die fenster und bei denen steht fenster und dusche weiß ich nicht aber ich glaube das ist dasselbe aber macht ja nix weil er nur 59 cent gekostet hat ist sehr günstig dann gab es hier noch feuchttücher einmal für die pc tablet und handy für 69 cent dann für die kinder oder sonst für die hände und alles drum und dran waren im angebot für 79 anstatt 99 oder 1 oder irgendwas 90 stück regulär in orange und da waren auch sensitiv da aber wir haben die mitgenommen das ist die marke von haggis gibt es bei uns auch in portugal sehr viele auch sogar wettel davon ich weiß nicht ob ihr die marke kennt soft skin für 69 cent auch sehr günstig aber die marke ist gut hatte ich bei biertig als im baby war noch und dann habe ich mir diese fußmaske da entdeckt mit kokos mit share butter und vitamin e ich habe zwar noch was zum zum austesten weil ich habe die zugeschickt bekommen aber mehr seht ihr wenn ich das video drehe aber zuerst mache ich den anderen und das für später für sommer oder so für 87 cent und ich fand die sehr günstig deshalb habe ich die mitgenommen so wie den anderen mit socken zum anziehen und so ja mal schauen wie der ist dann hat sich mein mann für den bart oder wenn ihr haare schneidet diese so eine bad schablone und rasur schürze für 1 oder 79 hat er schon lange gesucht kann man sich hier im waschbecken solche das macht man da und ja macht man keinen schmutz im fußboden oder so praktisch für männer für euch für die eure männer die gerne selber haare schneiden und so empfehlung und auch für mich enthaarungspads 99 für beine für mein hier hat jede frau ne ich mit wachs kann ich nicht so gut kann ich noch nicht so gut umgehen und deshalb habe ich die versucht ich die mal ich hatte meine von rossmann aber irgendwie manchmal will der nicht so und ich habe ich wollte die trotzdem ausprobieren weil der ganz günstig war mit drei dann ersatzdinger für 99 wie gesagt dann wenn wir verheisen für die zahnbürste können wir alle hier rein tun damit die nicht verloren oder die nicht schmutzig werden weil ich nehme gerne diese reise zahnbürsten die hat nur 66 cent gekostet ganz praktisch wenn man verreist dann gab es diese woche im angebot die bestecke hatten wir von je von je vier stück die ist schon abgegangen das ding da aber vier stück für 98 cent so esslöffel wir hatten schon welche von eke aber die werden irgendwann mal nicht so gut und die sind ganz ganz schwer die sind gut finde ich auch das muster für 99 für 98 cent kann man die mitnehmen ja gabelchen dann löffel messer vier stück auch und noch kleine löffelchen braucht man immer noch ja das gibt es da noch dann habe ich die digger sind ganz günstig dabei ich habe zwei äckchen fast ein liter aber die reichen 0,9 liter ich hatte die schon aufgemacht aber wenn ich was ein friede oder so für die kinder auch rot in die schule damit die getrennt werden solche die sind waren ganz günstig ich glaube die 60 cent oder so mal schauen um die 60 cent oder so ja 69 cent da sind 25 stück drinnen ist sehr günstiger bei action holt ihr euch das und ja dann gibt es hier wie gesagt wir machen sehr gerne bürger und gestern waren wir bei mcdonalds irgendwie haben die nachgelassen schmecken nicht mehr so ganz gut finde ich die bürger und alles und pommes sowieso nie die sind so matschig und naja kann man nichts machen ich hatte die 2 in 1 bürger maker kann man auch hier mit hier steht das abgebildet wie man das macht sogar mit käse kann man das machen für 99 cent ja musste ich mitnehmen sehr günstig ne 99 cent da macht man selber burger und ja hat sich die biatisch ausgesucht für ihren dinger da die für badezimmer für shampoos oder so für die kinder oder für den ne wie heißen die dann auf deutsch schauerpuff irgendwie für 49 für beatrix in pink und auch die die körper für 57 cent sehr günstig und bei kiko oder sonst kosten die 1 euro oder 1 euro mehr oder 1 euro 50 und ja sehr schön fand ich die und dann gab es hier noch bringe ich immer wieder wenn ich bei action bin ich habe schon welche in schwarz und weiß diese rattan körper kann man hier für schubladen nehmen küche oder sonst was bad alles mögliche und die das die frau hat bloß eine abgezogen an der kasse ist kann ja nicht machen ich habe das erst in zu hause gesehen für 56 cent habe ich die zwei mitgenommen ja dann gab es hier noch für die toilette wie viel hat er gekostet luft erfrische lavendel luft erfrische lavendel vergesse ich die beiden habe ich vergessen mal schauen moment 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 42 cent mit lavendel duft und zwei in eins und das andere auch 60 cent fand ich so schön hier mit dieser schmetterling und passt die passen zusammen in lavendel da finde ich auch sehr gut den duft für den wc meine ich ja und zum schluss habe ich mich riesig gefreut weil ich ich wollte schon länger so eine so eine backform haben diese längliche so kastenform heißen die und normal habe ich die da gesehen in silikon oder normal waren die über drei euro oder fast vier und das ganze set hier drei stück und er hat sieben euro 95 gekostet drei stück seht ihr hier für brotbacken oder kuchen dann hier springform und dann noch eine tartform oder für quiche und so essen wir auch ganz gerne in so eine blaue farbe glaube ich oder welches drin habe ich gar nicht geschaut aber aber glaub ich dachte erst wenn ich hab die bloß die habe ich bloß da entdeckt da waren die einzige das einzige paket ich bin nicht raus vom haus baby jetzt oh das ist sehr schön so beschichtet so wie meine pfanne schaut mal wie süß ich finde sie sehr süß für 7 euro 59 ist doch nicht teuer ne beschichtet einmal der so eine springform weil meine schon irgendwie schon kaputt ist aber der ist ganz gut kann auch mal abmachen das ding und ja für 7 euro und das noch nicht ich hab die im glas aber kann man ja auch hier in so aluminium oder wie heißt das ne auch sehr schön hier beschichtet ja ganz praktisch und schön ich finde das schön ja für 7 euro ich hoffe meine kleine action roll aber fein ist hat euch gefallen lasst uns gerne feedback da oder mir eher gesagt ja ich wünsche euch noch eine schöne woche und macht's gut tschüss ja mein lieben ich wollte euch kurz zeigen wir waren bei action wieder wir waren am wochenende und jetzt ist mittwoch wieder da weil wir was umgetauscht haben die messer waren nicht okay und deshalb habe ich noch für die kinder so ein schleim diamantschleim mitgenommen dann zwei hydro eye masks habe ich da neu entdeckt für 59 cm hydro kill mal schauen wie die sind habe ich gleich zweimal und endlich gab es wieder die zahnbürsten für die bruna sie liebt diese habe ich einmal in rot und in grün noch zwei bis sieben und da habe ich die neu entdeckt so ein make-up spiegel mittel led lichter 16 stück für 499 mal schauen wie der ist ja und das packe ich mir das packe ich dann auf die das packe ich diesen kleinen abschnitt habe ich gar nicht gesehen aber rosa gab es drei verschiedene farben ich dachte schwarz aber ist egal rosa ist auch schön habe ich gar nicht hier geschaut und ja ich pack das noch in meine action mit rein und ja ich wünsche euch dann viel spaß so ich sage tschüss und bis zum nächsten mal ach so ich wollte noch hier zeigen wie der ist das spiegelchen mit led lichter bestimmt mit batterien oder nicht ja meine lieben da zeige ich euch jetzt kurz wie die wie das jetzt aussieht mit licht da bin ich auch ja ja das war es dann von mir bis dann hallo meine lieben ja ich wollte euch noch mal ein action heute zeigen und zwar ich habe schon ich war schon zweimal da und jetzt das dritte mal aber da ich jetzt nicht so viel eingekauft habe pack ich das noch mit dazu in das video und ja ich hoffe es gefällt euch ich glaube ich muss mal schauen ob ich mit brille filme oder ohne was sagt ihr ohne oder mit stimmt mal oben ab mit brille filmen oder ohne brille werde ich würde mich interessieren so wir waren gestern da ja und ich habe nicht geschafft dass die anderen zweimal zu zu bearbeiten weil wir besuch haben zu ostern zeit und ja und jetzt zeige ich euch mal kurz was wir gestern eingekauft haben so der ist sehr lecker von molla mit frischem duft toilettenpapier 1,88 Euro und als wir an der kasse waren hat die frau gesagt ich kann mir was aussuchen und ich habe diese süße gratis bekommen so eine große schokolade 320 gramm sehr groß sogar und dann gab es hier viele socken im angebot die beatrice hat schon ein paar an die waren für 1,59 Euro die hier mit den anderen mit panda bären in der größe 31 34 hätte ich in der andere größe mitnehmen soll aber jetzt nächstes mal dann dann für bruna die hier wo ist das hat sie in rosa schon an hat sie in rosa schon an die hier mit kleinen herzchen grau weiß und rosa auch für 1,59 aber aktuell ab heute dann für 1,19 die weiß ich da die kosten glaube 1,19 oder 1,29 blende ich euch dann hier ein wenn ich das finde ja die und die weiß ich nicht ob die auch im angebot sind dann gab es die noch hat sie von der oma nicht meine mama die von meinem mann ist hier sie sind hier zu besuch hat sie dreimal davon bekommt jetzt die beatrice für 1,59 alles 3 3 paare in grau dann die auch für die beatrice 35 38 mit glitzer herzen streifen und punkte 3 stück dann gibt es hier nicht viel so eine wie heißt das geschenk nicht geschenk sondern zum sport machen ich glaube über drei euro 15 kilo ist das dann für meinen mann drei verschiedene hier herzen dann mein geliebte hier nescafe gold schoko karamell mit mocha geschmack und ich liebe das da waren andere mit vanille aber vanille mag ich nicht so deshalb habe ich nur einmal der mitgenommen dann wieder diese diamant schleim dieses mal in hellblau gab es neue die farbe für 69 ich habe die mitgenommen weil ich die geruch gut von die spülmittel von dieser reihe wie diese früher gab es wie heißt das gibt es nicht mehr zu kaufen riecht so gut und der verpackung hier hat mir angesprochen ja dann hier kichererbsen mal essen wir ganz gerne schon gekocht hat kann man manchmal auch mitnehmen zu arbeiten mit soße tomatensoße nudeln oder reis oder ratoffel auch dann noch eine für mein mann wieder weil wir haben ja zwei davon für 1 99 ach so dass hier gehört zu bruna zu socken 23 26 26 die hier und noch hier zum die kinder malen ja sehr gerne mal bücher und so die waren für 36 cent bei action ja das war's dann von action ich habe auch noch bei 1 euro shopladen was gekauft ich zeig euch kurz ich war heute auch bei müller und habe die einmal mitgenommen leis gesalzen und da habe ich ich habe das gebraucht kauf ich immer wieder nach farb und schmutz und schmutz fangtücher von blink für 1 75 und die auch im abverkauf bei müller für 1 euro 65 zum ersten mal benutze ich koral mal schauen wie der ist und ja kann man auch hier für kürze wäsche 30 minuten benutze benutzen allerweise kostet diese super schubs mit mit pen liquid pen 1 euro aber da waren die für 50 cent bei 1 euro shopladen und der auch zu 50 da stand zwei stück 1 euro hat sie die zweier mal das mit kirsch geschmack nur 30 minus 30 prozent zucker und dann habe ich mein geliebten hier die redempte aus portugalspanien die wir immer da kaufen für 1 euro 4 stück nachgekauft dann die ich liebe sowas belvita mit nutz und schokoladen stückchen liebe ich auch 1 euro auch alles und jetzt ist der hammer was jetzt kommt nicht das kommt noch taxofit die vitamin d3 tropfen kann man hier so pur so pur trinken oder mit saft oder in das ist jetzt für mich oder für meinen mann für knochen und zähne und immunsystem die kostet 1 euro und normal kosten die 4 5 euro von der marke dann habe ich so ein kartoffelstampfer ich wollte mal selber kartoffelpüree machen zu hause und da habe ich schon lange gesucht so was eine potato maker mich kann ja steht hier und ja kartoffelstampfer 1 euro auch da und der hammer von bioree so eine eine minute thermomaske da sind vier stück drinnen für 1 euro leute 1 euro mit aktivkohle habe ich gleich mitgenommen ja braucht man immer und für den preis ist der hammer habe ich da noch was geholt glaube nicht oder nicht das und dann noch hier von olia für 1 euro so eine farbe ich habe ja dunkles haar und wenn ich das mit meine dann werde ich so nicht so rot wie hier aber so ein bisschen rötliche tun aber ist ja mag ich auch gerne rötliche oder schwarze auch aber ich habe schon verschiedenes ausprobiert und ja für 1 euro leute das ist die farbe 27.22 und ja 1 euro hat das bloß gekostet jetzt war es das jetzt war es das und ja ich hoffe ihr schaltet nächstes mal ab und ich sage tschüss und mach's gut